Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Fastenmonat Ramadan geht zu Ende. Ich gratuliere an dieser Stelle jeden, der diesen wirdvoller Zeit mit reichlichen, guten Taten genutzt hat. Denn obwohl wir hier ein unbesorgtes Leben fuhren und im Frieden der Ramadan fasten können, gibt es Menschen wie sie, die an die anderen in Krisen und Katastrophengebieten denken und mit ihnen von Herzen teilen. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Gläubigen in ihren Zuneigungen, Barmherzigkeit und ihrem Mitleid zueinander sind einem Korba gleich. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Korba mit Schlaflosigkeit und Fieber. Dank unserer Spenderinnen und Spenderinnen konnten im diesjährigen Ramadan Tausende Familien mit Nahrungsmitteln unterstützen und ihnen Hoffnung schenken. Im Namen der gesamten Islamkrieffamilie danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Ramadanfest. Eid Mubarak